Rote Rosen Vorschau Folge 3694 Matthias fühlt sich für Birgits Nervenzusammenbruch verantwortlich und kümmert sich um sie. Birgit hofft, dass sie sich so wieder näher kommen. Doch dann findet Matthias bei der Suche nach Birgits Krankenkassenkarte die Rechnung einer Abtreibung. Fassungslos begreift er, Birgit hat ihm eine Schwangerschaft verheimlicht. Malte plant eine Überraschung für Annette. Seine Heimlichtuerei lässt sie skeptisch werden und Annette spioniert ihm hinterher. Als sie ihn auf dem Flugplatz stellt, ist sie glücklich gerührt. Doch das Glücksgefühl ist schnell verflogen, als sie eine denunzierende Schmiererei auf ihrem LKW findet. Amelie entlarvt Jolinas Intrige gegen Simon und wächst in Gunters Ansehen. Simon unterstellt Amelie sofort, dass sie hinter der ganzen Sache steckt. Doch Charlotte öffnet Simon die Augen, Jolina hat gelogen, weil er sie von oben herab behandelt. Simon wird bewusst, wenn er Chef ist, wird er wie sein Vater. Er sagt ein Geschäftsführer posten ab. Amelie kann es kaum glauben, Gunter macht sie zur Geschäftsführerin. gesagt, ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020